Die neuen Prüfapparate CMP basierend auf den modernsten Kontroll- und Ansichtstechnologien benutzen hochauflösende digitale Aufnahmekameras, effiziente LED-Beleuchtungssysteme und eine zur Wiedergabe der Aufnahmen perfekt angepasste Optik. Spezielle Vorrichtungen laden die Ampullen in den Apparat. Danach werden sie, eine nach der anderen, mit Hilfe eines Kreisels vorgeführt, sodass die erste digitale Aufnahmekamera TV1 die Kontrolle des korrekten Verschlusses und die der Präsenz von Fehlern und Verunreinigungen im oberen Teil der Ampulle oder des Fläschchens durchführen kann. Ein qualitativ hochwertiges optisches Prisma erlaubt die vollständige Analyse der Probe aus zwei Perspektiven, eine vordere und eine hintere. Im Folgenden werden die Ampullen in den Hauptkreisel eingeführt, wo jede Ampulle an den drei Stationen vor jeder Aufnahmekamera zentrifugiert wird. Die Aufnahmekamera TV2 führt die Inspektion der Ampulle mit Hilfe eines hocheffizienten LED-Beleuchtungssystems durch, das im unteren Teil angebracht ist und so eine Analyse der reflektierenden Teilchen erlaubt. Dieses Kontroll- und Ansichtssystem benutzt entsprechend dimensionierte Prismen, wodurch eine Ansicht jeder Ampulle aus zwei verschiedenen Perspektiven möglich ist. Jede Aufnahmekamera kann zwei Inspektionen vornehmen und so die Kontrollmöglichkeiten verdoppeln. Die Aufnahmekamera TV3 führt die Kontrolle der Teilchen und des Füllniveaus durch. Dabei benutzt sie ein speziell polarisiertes Licht von hinten, das die nicht reflektierenden Teilchen aufweist. Auf diese Weise kontrolliert die Aufnahmekamera TV3 sowohl das korrekte Füllniveau wie auch die Präsenz von nicht leuchtenden Fremdkörpern. Am Ausgang des Kreisels werden die Ampullen an die Ausschusstrennvorrichtung weitergegeben und in speziellen Behältern gesammelt. Der Apparat wird von einem elektronischen System geleitet, das zuverlässige Komponenten wie den PLC Siemens benutzt. Die Software, die der Norm CFR 21 Absatz 11 entspricht, ermöglicht eine optimale Benutzung und Regulierung des Apparats. Die Robustheit und die Bedienerfreundlichkeit zusammen mit der Elektronik auf höchstem Niveau erlauben es CMP, der pharmazeutischen Industrie komplette, sichere und effiziente Systeme für die Kontrolle von einspritzbaren Produkten anzubieten. Qualität, Kompetenz, Zuverlässigkeit, Kundendienst. Das ist CMP.